Das kompakte Brompton S-Bag ist dank vieler großer und kleiner Ablagemöglichkeiten vielseitig verwendbar. An der Vorderseite gibt es ein Fach, das mit einem Reißverschluss geöffnet werden kann. Der Innenstauraum ist unterteilt in ein Hauptfach, das Laptopfach und ein mit Reißverschluss versperrbares Mittelfach. Vorne und an der Seite gibt es praktische kleine Zusatzfächer. Der Vorderteil ist über den Klettverschluss abnehmbar, einerseits um schneller ins Hauptfach zu gelangen, andererseits um andere Designs anzubringen. An der Rückseite befinden sich links und rechts außen weitere vom Fahrer leicht erreichbare und verzippbare Unterbringungsmöglichkeiten. Ein kleines Seitenfach enthält einen Regenschutz in Signalfarbe. Dieser wird einfach wie eine Duschhaube über das S-Bag gestülpt und schützt die Tasche vor Wassereintritt. Der gepolsterte Schultergurt ist über eine Schnellverstellung flott angepasst. Das S-Bag passt auf alle Brompton Lenkervarianten und ist in mehreren Designs erhältlich. Listenpreis 169 Euro. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020